Herr Nersinger, Ihr neuestes Werk beschäftigt sich mit der Vatikanischen Marine. Wie ist Ihnen die Idee zu diesem Buch und dem Thema gekommen? Gegen Ende des ersten Jahrtausends erhält der Papst ja auch immer mehr die Funktion eines Landesherrn. Rom und die Urgebung wird praktisch zu einem eigenen Staat, zum Kirchenstaat. Und dieser Staat ist natürlich in dieser Zeit auch gefährdet. Gefährdet vor allen Dingen durch diese Azenen, gefährdet dann durch Korsaren und Piraten. Und der Papst muss handeln, also lässt er eine Flotte aufbauen. Und in einem besonders schwierigen Fall tritt er sogar als Admiral auf. Johannes VIII. stellt sich in die Spitze aus seiner Flotte. Und es gelingt ihm sogar, hier diese feindliche Flotte zu besiegen und christliche Sklaven, die auf den Schiffen waren, zu befreien. Welches ist denn in der Geschichte die interessanteste Seeschlacht gewesen, an der der Vatikan oder die Päpste teilgenommen haben? Das dürfte natürlich die Panto gewesen sein, also die große Schlacht, die praktisch auch über so ein wenig über Europas Schicksal mitentschied. Und es war ein zweifaches Verdienst der Päpste. Das erste war, dass sie natürlich eigene Schiffe zur Verfügung stellten. Aber dass überhaupt eine Allianz zustande kam, eine Seeallianz gegen die Hohe Pforte, gegen das Osmanische Reich, war das Verdienst der Päpste, vor allen Dingen Pius V. Nun haben Sie ja gesagt, die Flotten dienten vor allen Dingen der Verteidigung, dem Defensiven. Nun ist ja der Vatikan heute ein Binnenstaat, er hat ja keinen direkten Zugang zum Meer. Könnte es trotzdem wieder eine Flotte oder Schiffe unter vatikanischer Flagge geben? Ja, es gab mal während des Zweiten Weltkriegs, gab es mal ein Ansuchen des Freien Frankreichs von Marschal-Portant, ob nicht unter vatikanischer Flagge Hilfsschiffe mit Lebensmitteln, mit Medikamenten eingesetzt werden könnten. Das wäre theoretisch möglich gewesen, da der Vatikanstaat mit seiner Gründung im Jahre 1929 das Recht auf eine Meeresschifffahrt hat. Aber er hatte die Voraussetzungen nicht geschaffen. Er hatte das sogenannte Abkommen von Barcelona nicht unterschrieben. Und der Papst hat dann gesagt, da müssen wir etwas ändern. Also Pius XII. hat dann gesagt, okay, ich setze eine Kommission ein. Und dann gab es 1951 das sogenannte Dekret über die Meeresschifffahrt unter päpstlicher Flagge. Das ist ein sehr ausführliches Dekret. In dem Buch habe ich eine Übersetzung geboten. Da kann man mal lesen, was die Bedingungen sind für eine solche Schifffahrt unter der Flagge des Heiligen Vaters. Bei Ihren Forschungen, was war für Sie eine Entdeckung mit Blick auf päpstliche Schiffe? Ja, da will ich gar nicht so viel verraten. Also da mag man zum Buch greifen. Man wird sehen, dass es ganz interessante Episoden gibt. Ganz interessante auch Fahrten von päpstlichen Schiffen in alle Welt bis nach Ägypten, dass auch Leute sich beteiligt haben, die also dann später doch einen Weltruf bekamen. Das ist eine interessante Sache. Und ich denke vor allen Dingen auch eine neuere Sache. Es gab das Ansuchen an die apostolische Nunziatur in Berlin, also über die Nunziatur, ob man nicht bei der aktuellen Flüchtlingslage, ob man nicht viel mehr Schiffe unter vatikanischer Flagge einsetzen könnte. Das ist negativ beschieden worden. Warum? Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus praktischen Gründen. Das kann man also vor allen Dingen erkennen, wenn man sich einmal das Dekret, das ich schon angesprochen habe, genau durchliest. Für alle Interessierten an Schiffen und der Marine sei dieses neue Buch von Herrn Nersinger herzlich empfohlen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020